Passend zum Valentinstag bringt Aldi eine neue Kollektion auf den Markt, der seint von Star-Designer und GNTM-Juror Wolfgang Jo. Ab Donnerstag, 14. Februar, findet man die Wohnkollektion mit dem Namen Casa Deku in den Aldi Nord- und Südfilialen. Im Sortiment sind Heim, Textilien und Wohn-Accesswar für ein schöneres Wohnen. Joop sagt mit eigenen Worten auf dem Blog von Aldi Süd, er wolle möglichst viele Menschen dazu einladen, an seinem Lifestyle teilzunehmen. Designerware für kleines Geld Die Preise der Kollektion bewegen sich aber nicht im High-End-Bereich, sondern in der erschwinglichen Discount der Klasse. Sie beginnen bei 7,99 Euro, berichtet die Zeitschrift Horizont. Und enden bei 29,99 Euro für Designer-Bettwäsche. Aktuelle Top-Themen Auch andere Prominente kooperieren immer wieder mit Disco-Untern. So designt die US-amerikanische Sängerin Anastasia bereits eine Modelinie für Aldi. Und auch Moderator Daniel Aminati brachte bereits eine Fitness-Kollektion mit dem Discounter in die Läden. Heidi Klum entwarf hingegen für Lidl die Modelinie S-Mara. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Budget zu handle-Bettwäsche. Bu